Ich habe insgesamt neun Wither-Skelette besiegt und null bekommen. Ich hab mir dann zwei ercheated. Also du hast noch zwei gefunden. Ja, als du weg warst, hab ich zwei gefunden, genau. Ja, Max, pass auf, jetzt müssen wir halt gucken, wie wir nach Hause kommen, ne? Cheat Max, warum schreibt ihr alle Cheat Max? Der hat das doch gefarmt. Alle haben das gesehen, ich hatte einfach Glück auch mal. Alle Leute sind irgendwie getriggert, keine Ahnung. Okay, let's go, komm. Oh, hier ist ein Enderman im Nether. Ein Netherman, oder? Es ist kein Netherman. Es würde eher Sinn machen, wenn man ihn Endman nennen würde. Aber er ist ja, der ändert ja alles. Marcel, Marcel. Wo bist du hingelaufen? Wo bist du hingelaufen? Ich bin immer geradeaus. Hä, wie kannst du mich denn verlieren, Junge? Du bist legit, musst du eigentlich nur gerade... Ich bin nur geradeaus gerannt. Ach, Junge. Mann. Komm, Bot. Sehr gut, dass ich dich gefunden habe. So, Max, jetzt gleich geht's rein in die Olga, ne? Das weißt du. Ich habe aber ein bisschen Respekt vor dem. Ich gebe mein Bestes, aber du bist echt sauschnell. Hast du irgendwie einen Haste-Trank drin? Ne, ich habe, äh, in Minecraft kann man jetzt Kokain machen. Mhm. Das habe ich genommen. Nice. Ne, ich sprinte und springe halt die ganze Zeit dabei. Das machst du, glaube ich, nicht, ne? Ach, klar, schneller? Ja. Guck mal, hier ist noch ein Lama, was du anzünden kannst, wenn du magst. Flint and Seed ist fast kaputt, aber ich mache das auch mal. Das ist Feuerimmun. Nice, Junge. Das sind die Plays. Es gibt nur eine geilere Sache, als einen Lama anzuzünden. Ja. Und das ist es vorher, um einen Lama reinzuhauen. Junge, Alter. Eine Sache brauchen wir auf jeden Fall. Schild. Oh, f*** mal, bei Romazras Haus ist ein Explosionscreeper. Guck mal. Nicht, dass er hochgeht, ne? Vorsichtig, da ist einer. Achtung, Achtung. Oh ja, oh ja, nicht, dass er bei Romazras Haus hochgeht. Ja, dann schlag ihn doch. Hau ihn mal, bitte. Der ist akku auf dich, Max. Der ist akku auf dich. Ich kann nichts machen. Nicht zu den Kühen, nicht zu den Kühen. Scheiße, ich bin stuck. Die Mastertürhaltung bringt uns um. Richtig. Revi, tönt die, tönt die nicht. Ich kann die vorhin nicht angreifen. Oh, poop. Ich kann die nicht angreifen. Geil. Geil, Alter. Das war geil. Junge, geil, Alter. Junge, war das geil. Ich möchte das sofort aus deiner Perspektive sehen. Alter. Boah, ist das geil gewesen. Ja, das war bei Revi Clip. Ich möchte mir das angucken. Das war geil. Das war geil und nice. Jetzt haben wir auch genug Essen. Jetzt haben wir auch genug Essen. Das machen wir jetzt immer so. Okay, let's go. Komm. Wir gehen hinten im Dschungel. Wir gehen hinten im Dschungel. Hast du die Köpfe dabei? Die zwei, die du gefarmt hast? Ja, ja. Ich habe die zwei Köpfe dabei. Die du gefarmt hast. Die ich auf jeden Fall habe, ja. Ja, die du halt bekommen hast, weil du die erlegt hast, ne? Lass richtig nervig im Bambuswald kämpfen, wo man sich nicht richtig bewegen kann. Ja, machen wir, machen wir. Habe ich Bock drauf. Ist sau behindert, ist sau dumm, aber ist geil. Ja, guck mal, Bro. Hier ist doch richtig schön eklig, oder? Hier ist doch richtig beschissen. Ja, Mann. Geil, das in den Bäumen kämpfen. Ich greife von hier oben an mit dem Pfeil. Guck mal hier. Bro, wenn du mich gleich wieder im Stich lässt, ne? Wie denn? Ja, indem du wieder... ...baust. Junge, du bist Profi-Minecraft-Spieler. Du musst theoretisch ihn auch alleine besiegen können. Guck mal, der Kerl von hier oben an. Alter, fuck, Mann. Wir machen den Regenwald kaputt. Okay, let's go. Gib mir die zwei Köpfe. Okay. Ich will ihn spawnen lassen. Wir machen es zusammen. Okay, komm. Setz die beiden links und rechts. Okay, auf geht's, Digga. Wizard, let's go. Okay, bist du ready? Warte, 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 warte. Hier ist auf meine OP-Position. Drei, zwei, eins, go. Oh! Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Der muss, der braucht jetzt noch ein bisschen. Ich bin fast tot. Achtung, Achtung, Explosion! Wir sind komplett dumm. Max? Ja? Ich bin fast gestorben. Ich hab ein HP, ein Herz hab ich. Was? Oh. Jetzt helf ich dir. Ich will ihm gute Pfeile, ist so gut. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Normal, super. Bro, der ist nur aggro auf mich. 100er-Fritzi-Beschirr. Ja, ich bin mit einem Baum versteckt. Ich hab keine Pfeile mehr. Ist das dein Ernst? Ja, schlag drauf, Junge. Hau drauf. Ich kassiere so sehr. Gib mir mal die aggro. Ja, schlag ihn, schlag ihn. Der ist ja ultra schnell. Du musst ihn hauen. Du sollt ja so viel leben. Ich dachte, der ist viel langsamer. Komm aus aus dem Wasser. Max, ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Max, Hilfe. Max, wo bist du denn? Bin da, bin da. Alter, ich sterbe. Haut drauf, haut drauf, komm. Komm, 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 komm. Stehen, komm, komm. Du bist nicht. Ach, da oben sehen wir das Leben. Lol. Wir haben ihn ja fast. Ist gleich down, ist gleich down. Boom, Junge. Junge, wie geil. Wir hatten einen komplett beschissenen Start. Alter Schweder, Junge. Da haben wir mal den Panda gerade den Lebensraum genommen, oder? Der war ja ultra schnell. Junge, es ist geil, Mann. So, weißt du, was wir jetzt haben? Glaubst du, das haben wir umsonst gemacht, das Ding? Nein, wir haben jetzt ein... Oh, warte, du hast es vorhin gesagt. Warte, warte, warte. Ja. Nein, ein Beacon. Nenn es, Junge. Wofür sind nochmal die Wither Rose? Kann mir das jemand erklären? Bist du bereit, Max, für unseren Bruder? Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ja, go. Okay, pass auf, wir machen das, würde ich sagen. Hier macht es sich ganz gut. Kannst du mal ein 3x3 Feld ausbuddeln mit mir? Hast du eine Schaufel dabei? Ähm, nee, aber ein Goldschwert, das ich nicht brauche. Noch eins tiefer runter? Äh, nee, ist kaputt schon das Ding. Warum lachst du? Nee, nur so. War wieder so ein typischer Max-Moment. So, Max, jetzt gleich geht es los. Jetzt gleich geht es los. Was wird das? Was wird das? Geil, Junge, wie geil. Okay, Sekunde. Verarschst du mich wieder? Nein, nein, nein. Verarsch dich wirklich nicht. Du denkst nicht. Da fährt einfach irgendwie eine Waffe raus und tötet mich oder so. Das wäre so typisch einfach. Eigentlich wäre es richtig geil, oder? Seien wir mal ehrlich. Da fährt gleich einfach irgendwas raus und es tötet mich sofort. So, warte, ich mache mal ganz kurz das Ding hier. Zack. Ich muss noch etwas wichtiges bauen. Boom, Junge, wir haben den Beacon. Beacon. Und jetzt nehme ich mir meine Schaufel. Und du kommst nochmal mit mir. Und dann, Max, geht es los. Dann geht es los. Dann geht es richtig los. Geil. Alter, du glaubst nicht, was wir jetzt für Macht, was wir jetzt, was wir, was wir für Möglichkeiten gleich haben, ne? Echt? Digga, ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach geil? Es ist wirklich geil. Digga, warum gibt es so viel krassen Endgame-Content in Minecraft? Guck mal, wie geil das Feuerzeug ist. Guck mal hier. Seit Monaten haben wir diesen Baumkack über uns, ne? Seit Monaten ist dieses hässliche Baumgerät über unseren Schafen. Ja, hast du es angezündet. Dass es so hässlich ist, machst du einmal anzündet, bis alles ist bereinigt. Boom. Geil, oder? Mega geil. Boah, Junge, das ist aber dann schon ein extremer Beacon hier, Leute. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mich umhauen wird? Der Beacon? Dass ich begeistert bin. Auf tausendprozentig. Beacon. Bitte? Wiederhol es nochmal? Ja, ich überlege gerade, was das sein könnte. Beacon. Stark. Das war wieder, das war wieder der Villager, Max. Man kennt ihn. Ich hab's, ich hab's. Ich hab genug. Ja, es hat auf das Nugget, genau, wir haben noch einen Iron Inget, dann hat's gereicht. Krank. Krank, 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 krank. Junge, 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 ist das viel Eisen, was wir hier verbraucht haben. Ach so, ich hab noch zwei Blöcke Eisen, Notfalleisen im Inventar hier. Okay, Max, ready? Ready, ich bin ready. Drei, zwei, eins, boom. Holy shit. So, Bro, und jetzt können wir uns überlegen, was möchten wir haben? Möchten wir hier schnell laufen? Oder möchten wir hier, also wir können jetzt hier sagen, zum Beispiel, Thrancf. Ja, oder Jump Boost. Pass auf, ich geb uns mal einen Jump Boost, ja? Guck hier, Jump Boost. Lol. Geil, oder? Naja, den find ich jetzt nicht so stark. Okay, pass mal auf, komm mal her. Kriegt man keinen Fallschaden, ja? Doch, kriegt man mal her. Bleib mal hier stehen. Merkst du was? Du heilst dich. Lol, echt? Ja. Ja, das ist halt geil, ne? Das ist halt stark. Ich seh noch nicht, dass ich mich heil. Nee. Ah, doch. Jetzt haben wir Jump Boost 2. Guck mal, wie hoch wir jetzt jumpen können. Wieso, 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 wie geht das? Ja, weil Leertaste. Nee, aber wie hast du das vergrößert? Kann man halt einfach einen, äh, kann man sich halt einfach auswählen. Kannst du auch Jump Boost 3 machen? Nee, ich glaub, Jump Boost 2 ist das meiste. Äh, Speed möchtest du mal sehen. Gib uns mal Speed 2. Find ich chillig bei uns in der Basis. Alter, ist das Speed 2? Ja. Holy shit, ist das geil. Ne? Wie groß ist die Reichweite? Ja, 50 Blöcke. Möchtest du mal Haste sehen? Schneller Farm, ne? Ja, aber überschnell. Wie sieht's aus mit, was gibt's denn jetzt noch? Haben wir jetzt, haben wir das, ich dachte beim Ender Dragon wir hätten's durch. Jetzt haben wir den Wither Man, ich dachte, wir haben's durch. Der Wither Man, Alter, let's go, Junge. Ja, Wither Skeleton, ne, Wither, Wither, einfach nur Wither. Kannst du machen, wie du willst, Max, also das musst du selber wissen. Das kann auch der Wither Man sein, wenn du willst. Die wissen noch, was ich meine. Gibt es noch irgendwie einen Dungeon oder so? Oh, es gibt noch die Woodland Mansion. Es gibt noch eine Menge, Digga, es gibt noch wirklich noch eine Menge. Nicht wenig. Ich hätte Bock auf... Was denn? Äh, mit dir Community, ähm, machen. Community Server? Community gegeneinander antreten lassen. Ja gut, das kriegen wir jetzt ja nicht aufgesetzt. Das dauert ja, aber generell da hab ich schon Bock drauf. Ja, ja, da hab ich schon Bock drauf, ja. Was hältst du von einem Community Server, Max? Der könnte was machen? Okay, pass auf, hier erklärst du. Ganz simples Prinzip, ja. Wir machen einen super simples City Build Server. Ja. Kennst du, sagt dir das was? Ja, ja, City Build. Ne, ich hab echt, ich sag keine Ahnung, Mann. Okay, pass auf, City Build heißt, es gibt eine Stadt mit PvP-Zonen und Non-PvP-Zonen. Gibt's ein Wirtschaftssystem, ähm, mit einer Farmwelt und sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist total geil. Und das können wir dann für unsere Community, für Subs, können wir das automatisieren, dass die da drauf kommen. Ja, ja, ja. Ein Sub ist einfach einen richtig fetten gemeinsamen Sub-Server durchgrinden. Was bringt das? Was ist das Ziel sozusagen? Ja, wir haben halt geilen Content von dem Server. Ja. Man kann da Events machen drauf und wir werden wahrscheinlich einen massiven Growth in Subs haben, was man einfach mal so sagen muss, ne? Also da, da werden deine Subs, da werden deine Subs auf ganz geschmeidig nach oben schießen. Und dann spielt man mit denen? Ja, man könnte mit denen zusammenspielen. Wir könnten halt, wir könnten halt, also pass auf, du musst dir vorstellen, du musst dir vorstellen, ein City Build-Server lebt davon, dass du verschiedene Dienstleistungen auf dem Server hast. Zum Beispiel gibt's halt Leute, die bauen sich einen Marktstand, Marktstände können wir halt erlauben. Ja, ist geil. Und, ähm, pass auf, die müssen sich verschiedene Grundstücke und sowas halt, ähm, kaufen und sowas, können sich halt weiterentwickeln. Und wer verwaltet das? Haben wir da ein Team? Ja, dann müssten wir halt natürlich ein Team haben aus Supporter und Admins. Das müssen wir halt irgendwie finden, ne? Die Leute gehen auch ihrer Profession dann halt nach. Weißt du, die Polizei ist zum Beispiel dafür da, wie ein Supporter, Recht und Ordnung einzuhalten, wenn irgendwas ist. Das finde ich, stelle ich mir geil vor. Das könnten wir innerhalb von einem Monat sicherlich aufstellen. Ich hätte da ziemlich Bock drauf. Ja, okay. Und was ist dann sozusagen das Endziel? Das Endziel ist halt, ne richtig, du hast eine geile Hütte, du hast maximal viel Geld, du hast vielleicht Special Items, du gewinnst bei den Sportspielen und so weiter und so fort, weißt du, du machst ein paar Events und sowas. Da würden die Leute rund um die Uhr zocken, sozusagen. Rund um die Uhr, Alter. Vielleicht, vielleicht kriegen wir es sogar hin, wenn wir mit einem simplen, mit einem simplen Mod noch Karren dazu machen, Digga, also Autos. Boom, Junge. Machen wir einfach GTA Online in Minecraft. Sicher, dass das alles funktioniert? Das wäre sau peinlich, wenn da auf einmal irgendein Fehler passiert und nichts klappt. Du weißt ja noch gar nicht, was man in Minecraft anders modden kann, ne? Nee. Alter, Max. Da kommt noch einiges auf dich zu, das sage ich dir. Minecraft ist unendlich, Max. Deshalb ist das Game so geil. Minecraft, Alter, ist so ein Riesengame. Geil, Junge. Wie geil, Mann. Und das sind Autos? Ja. Und Fahrräder? Ja. Und Züge? Ja. Und Angriffsboote? Krass. Habe ich Bock drauf, ist alles angenommen. Stell dir mal vor, wir haben sowas auf einem Server, Digga, und du fährst mit einem Porsche da rum. Wie geil wäre das? Ich würde erstmal mit einer Basic-Variante starten, weißt du? Wir brauchten heute ein Bauteam, was halt eine vernünftige Stadtmap erstmal baut. Also sowas wie ein Rathaus, Bahnhof. Digga, weißt du, das wäre so krank möglich, Alter. Wir würden bewerben für die besten Minecraft-Städtebauer. Wir brauchen ein ganzes Team. Junge, Junge, Junge. Stell dir mal vor, Alter. Stell dir mal vor. Und dann machen wir einmal im Monat, Alter. Max, einmal im Monat machen wir Purge-Event, Junge. Da ist alles erlaubt. Da ist überall PvP. Und jeder, der keine Versicherung, pass auf, jetzt kommt es dann. Jeder, der keine Versicherung für sein Haus abschließt, dessen Grundstück kann noch kaputt gemacht werden. Und, aber uns, wir sind das Versicherungsunternehmen. Geil. Dann haben wir richtig viel Geld. Geil, Junge, geil. Und die müssen daufend bezahlen und werden die komplett angegriffen. Ja, geil, Junge. Dass die Leute nicht unter Butter und verflachen. Geil. Die machen einen sch***en Wachungsstaat raus. 200. Die können sich keinen Zentimeter bewegen. Ja, so über so. Daufend Steuern zahlen. 90 Prozent Steuern zahlen. Die müssen aufs Fels. Niemals hat Bock, niemals hat Bock, niemals hat Bock auf diesen Foto. Dann wird die ganze Zeit auseinandergenommen. Das ist geil, Mann. Es ist richtiges Ausbeuterprojekt. Die Leute würden sich immer noch drum kloppen, damit sie mitspielen dürfen. Geil, Alter. Ist geil, Junge. Ist richtig unglaublich geil, das machen wir. Wir brauchen halt einen geilen Namen dafür, Marc. Lass mal, lass mal, Junge, wir nennen es einfach, es heißt Mein Life, Junge. Oder Mein Life. Oder Mein, Meinschaft, Junge. Meinschaft ist geil, Alter. Oder? Meinschaft ist geil. Das checkt keiner. Digga, in mein Max. Verstehst du? Ja, Inside, Max und Minecraft. In mein Max, Junge. Boom. Das checkt auch keiner. Das finden wir noch heraus. Was hältst du davon? Ohne Gumatra ist auch gut. Ist stark, oder? Ja. Until mehr. Gesamt. Was hältst du davon?